Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und hier auf der Computex 2012 und Dell zeigt hier seinen Inspiron 14Z Ultrabook, 14 Zoll Ultrabook. Hier haben wir den Powerbutton, paar Shortcut Buttons. Ihr seht, es hat auch eine sehr interessante Farbe, nämlich Rot und Silber. Wir haben hier die Chiclet Style Tastatur, das Touchpad mit den beiden Maustasten. Über dem Display selbstverständlich eine Webcam. Das Display, 14 Zoll Glossy mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixel. Als Prozessor kommt hier ein Intel Ivy Bridge, also die dritte Generation der Core i Prozessoren, zum Einsatz der i7 3517U mit 1,9 GHz. Und klappen wir das Ganze mal zu, sehr schön dünnes Display, wie wir es von Ultrabooks gewohnt sind. Auch hier beim Display Cover wieder die schöne Farbegebung von Rot und Silber. Auf der rechten Seite haben wir dann einmal hier das optische Laufwerk, USB, Headsetboard und Kartenleser. Und auf der linken Seite befindet sich natürlich der Anschluss für das Netzteil. Einmal Ethernet, HDMI, USB und ein kernsinken Keylog. So, das ist das Dell Inspiron 14Z hier auf der Computex 2012 in Taipei. Vielen Dank.